So oft erzähle ich euch hier was, über Hardware, über Software, aber was ist das denn überhaupt? Warum? Wieso? Es ist eigentlich sehr einfach. Wir machen es natürlich am Beispiel Handy. Reden wir von Hardware, dann ist alles gemeint, was ihr anfassen könnt. Das Display, die Kamera, sogar Dinge, die ihr nicht sehen könnt. Der Speicher, der Akku, der Vibrationsmotor, das sind ja alles Dinge, die ihr theoretisch anfassen könnt, während sie nicht verdeckt. Halt alles, was hard ist. Die Software ist dann genau das Gegenteil. Das Virtuelle, alles, was wir nicht anfassen können. Android und iOS, ich meine wir sehen es, aber wir können das Android ja nicht anfassen. Apps, hier, hier, TikTok, das ist Software und brauchen tun wir beides. Was bringt denn die beste Hardware, der größte Akku, wenn wir keine Software haben, die wir nutzen können? Und was bringt uns Software, wenn wir keine Hardware haben, auf der sie läuft?